Ja, solche Hacks haben nachgelassen, merke ich. Keiner interessiert sich mehr für scheiß Kai so. Das regt nur auf... Und er konzentriert sich schon eher auf richtige Hacks. Yeah. Was dieser Hack auch teilweise ist, also... Man braucht jetzt nichts sagen. Ah. Ja, geschafft. Sind alle Endings hier anders? Ich glaube, es gibt diese komische... Diesen komischen Durchgang aus SMW gar nicht. Egal, ich habe den Hack halt schon vergessen. Aber so wie das, was wir jetzt hier bis jetzt gesehen haben, ist es so. Rote Levels. Ich weiß nicht, was es ist. Heißt das nicht zweiter Ausgang? Ja, wo sollte ich hier sein auf so einer... Oberwelt. Keine Ahnung. Koopa-Insel. Oh, hier. Die Mocke ist auch geil. Custom Music. Das liebt man. Weil man das Original... Ja, ich kenne das Level hier auch irgendwie. Hallo. Das Level kann leichter sein, als man denkt. Aber pass auf. Ich habe keine Ahnung. Invisible Klein Blocks. Ich habe keine Ahnung. Da! Das war schlampig. Oh ja. Ins SMW-Hacking wieder einsteigen. Also das Zocken davon. Das gefällt mir echt. Na du. Oh Gott. Wie heißen die nochmal, Chucks? Die dümmste Idee überhaupt in einem Mario-Spiel findet ihr nicht. Äh. Äh. Es gibt so einen Shell-Jump auch mit dem, oh Gott. Aber ich habe da keine Ahnung. Ja, ich komme nicht hoch. Sehen wir mal so. Nein. Nein, ich komme jetzt deswegen nicht hoch. Ich komme jetzt wieder. Hm. Yo. Hä? Hä? Lol, das ist doch Absicht, oder? Ist das Geheimer Ausgang oder der Einzigste? Wie soll es denn oben weitergehen? Keine Ahnung. Vielleicht geht's in die Pipelinks, wer weiß. Aber ja. Hey, es gibt wirklich geheime Ausgänge. Hm, aber der führt dann nirgendwo hin. Keine Ahnung, Metal Jowd, du solltest mir vielleicht Bescheid sagen, falls ich jetzt was verpasse. Oh yeah, SM... Na, ich sag jetzt echt nicht aus welchem Spielen hier alles kommt. Oh ja, ihr seid geil, aber... Oh nee, was mach ich? Ja, seht ihr, man kann hier durch. Oh Gott. Pokémon Musik! Es hat sich gelohnt, die Safe-Sets zu nutzen. Das war Pokémon... Ja, das war Pokémon... Ja, nein, das war Pokémon! Ja, ja, die ersten Pokémon-Spiele und Folgen sind geil. Der Rest ist... Sagen wir mal gay. Okay. Ja, dieser Stachel-Typ ist aus Yoshi's Island. Egal, ein Topspin oder wie die Sprünge heißen, gehen auf. Naja, jedenfalls weiß ich, dass Feuerblume ihm nichts abzieht. Oh yeah. Custom Gegner. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Oh ja, sowas lieb ich, solche Hexen. Äh! Was ist das denn? Gegner mit eigener... Physik... Verhaltensmuster, wie auch immer. Nein. Nein. Hör auf, darum zu hämmern, Mann! Ja. Schön. Ja, in so Pipes reinzugehen, ist, glaube ich, echt immer zu voreilig. Kann ich dich durch eine Tür mitnehmen? Nicht, was bringt mir das dann? Es ist kein Grauer. Ah, moi moi moi! Jo, das war's. Ich kann mich da jetzt aufleveln, aber wer will das schon? Ah! Alter! Also, ah! Seht ihr, das kriegt ihm nichts ab. Metal Joe hat hier mit seinem Team echt große Leistungen geleistet. Leistungen geleistet. Hey, diesen Spruch hab ich schon so oft gesagt. Egal. Aber jedenfalls, dass wir jetzt aus der Pipe rauskamen... Oh, egal. Aus der Pipe rauskamen und... Die Kamera hat so geschwenkt. Oh, Alter, es ist so schwer im MSNB-Hacking. Ich kann ein Liedchen davon singen. Dann mach doch kein... Nein, mach ich nicht. Uhu, uhu, schau da. Hat das was mit Eulen zu tun? Nein, das hat was mit einem... Was weiß ich zu tun? Da! Na, war nichts zu tun. Oh, nee, bitte nicht. Spring! Nein! Nein, komm! Da ist eine Pipe! Ah, moi moi! Komm schon! Ach, komm! Da! Ach, komm! Dann lass mal die Pipe da. So ein Geheimnis sucht, die bin ich nicht. Oh, ja. Ich erinnere mich hieran nicht mehr. Falls ich mir überhaupt was zu ändern habe. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gezackt habe hier. Ah, den kann man mitnehmen, das weiß ich. Ah, da kommt man raus. Was will ich da... Ah! Stimmt, ja. Jetzt weiß ich, was ich damit will. Oh Gott, ich hab echt SMW-Hacks vermisst. Boah, das ist ekelhaft. Man denkt sich unlogisch, da kann man nicht sterben. Aber man tut es sehr wohl. Ich kann's euch ja demonstrieren. Komm her. Ja, das ist ganz offscreen. Lass dich nicht täuschen. Es gibt hier so manche Wände und Türen. Wände und Türen? Bis jetzt haben wir nur vom Boden. Sowas bemerkt. Boden und Türen. Ah! Das ist eine Fake-Tür. Ich mein, bei der Box. Ah, okay. Die Tür ist es gar nicht wert, weil man nicht rein kann. Wände und Türen. Hm, das war schlampig. Gar nicht abgeschwungen. So. Wände und Türen. Aha. Och, das ist so klar. Wenn das eine Fake-Tür wäre, die einem in so Scheiße hinführt. Am Abfall des Levels zum Beispiel. Das wäre was. Okay, hier ist wirklich nichts. Ja, Ausgang! Und es gibt doch den normalen. Bim, 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 bim. Ich hasse dieses Spiel nicht mehr. Hm? Äh, ich hatte... Wo ich halt mit den Hex aufgehört hatte. Ich hatte echt die Schnauze voll von SMW. Ähm, ähm, ähm. Ja, klar. Safe mir. Und Blarks Turm. Blark ist, glaube ich, auch Haus-SMW. Hä? Geh mal rein. Aber richtig fettisch. Oh, ja. Springt hier auch die Bowsers? Äh, irgendwie habe ich doch das Gefühl, es schon mal gezackt zu haben. Was ist hier? Aha. Man kann nur auf dem Grauen stehen. Richtig. Oben ist kein grauer Scheiße. Irgendwie... Irgendwie... Geht's weiter? Nichts. Okay. Okay, es geht nur noch links. Ah! Ah! Scheiß-Pies-Witch, ey! Warte, ich will was probieren. Aha! Nein! Voll unnötig, was ich da mache. Wofür brauche ich dich, Schösslchen? Wir sind wieder am Anfang, stimmt's? Ah, ja. Hey! Äh, ich verstehe es nicht, aber egal. Ist das Fake? Ist es, aber komisch. Man sollte uns nicht sehen, egal. Es laggt. Scheiße. Hey! Hä? Okay. Sollten die nicht einem wehtun, ist ja echt viel, viel klüger. Ja, Metal Joe, ich glaube, du wolltest, dass die einem wehtun, stimmt's? Oh, Gott. Ah! Äh, ich werde das dumpfe Gefühl nicht los, dass ich den Trampolin mitnehmen muss. Scheiße. Haha! Komm, du doch her, du Scheißdings. Ah, der Scheißdings geht auch so. Das macht keinen. Scheiße. Nein! Okay. Mal schauen, was passiert. Habe ich Turbo-Taste? Nein, habe ich nicht, oder? Nein, habe ich nicht. Das laggt wie Sau. Oh, okay. Ich kann es nicht mitnehmen. Also muss ich ohne dich hoch. Das ist schon eine nette Überraschung, wenn plötzlich die Dinger doch wehtun würden. Hey, aber hier? Okay, doch, das ist machbar. Nein! Ich bin ungeduldig. Das ist mein Nachteil. Ich bin ungeduldig. Gah. Heiß, heiß, heiß. Oh Gott, sogar im Ducken hat's geleckt. Okay. Okay. Jetzt werden diese unsichtbaren Dinger begehbar... Äh, komm. Scheiße, das ist es nicht wert. Rein mit uns. Custom-Boss. Komm raus. Ja, schieß einen Viech. Komm, na, mal schauen. Ich hab keine Ahnung. Du willst nicht, dass ich auf die springe. Geht das überhaupt? Ja, oha. Ha! Es ist machbar. Ich weiß nicht, ob ich ihm weh getan habe. Scheiße, ey. Ich glaub, ich hab's vergeigt mit dem Sprung. Komm, wie viel hältst du noch aus? Scheiße. Sagt man nicht. Büm, 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 büm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm.